Linkin Park sind am Stüssel mit neuer Vocal Performance. Die haben heute ein Livestream-Konzert gegeben, wo sie ihre neue, haltet euch fest, Sängerin vorstellen. Das ist crazy, ja? Also Chester Bennington hat sich ja, ich weiß gar nicht mehr wann es genau war, hat sich ja leider vor vielen Jahren das Leben genommen. Wir haben Selbstmord begangen und seitdem natürlich Linkin Park nie wieder neue Musik gemacht, großartig live aufgetreten. Die haben noch einmal so ein Benefids-Konzert gemacht. Aber ansonsten logischerweise, wenn du halt ein Sänger bist, also wenn du einen Sänger hattest als Band, der so prägnant ist, wie Chester Bennington das war, ist ja einer der Stimmen, der Rockstimmen der letzten 20, 30 Jahre. Ist schwierig, ja? Ist schwierig, den zu ersetzen. Es gibt Bands, die haben das gut geschafft. ACDC zum Beispiel, Alice in Chains, das sind so für mich so zwei Bands, wo man sagen muss, okay, richtig geil. Weining, danke schön für den Tier 1, was geht ab. Aber es ist natürlich schwierig, so einen Sänger zu ersetzen. Es gibt ganz, ganz viele Bands, ob das jetzt, was weiß ich, also gerade auch im Rockbereich, so Drowning Pool, 3 Days Grace, die halt auch Sänger teilweise hatten, die entweder ausgestiegen sind oder die halt leider verstorben sind. Der Drowning Pool-Sänger ist irgendwann einfach im Tourbus tot aufgefunden worden. Das ist auch eine ganz, ganz tragische Geschichte. Drowning Pool hatten ein Album raus, das ist gerade durch die Decke gegangen, hat sehr, sehr viele, also auf jeden Fall zwei große Hits produziert. Damals Tear Away und Bodies, ja, Bodies dürfte so ziemlich jeder kennen, der mal hier schon mal ein Videospiel gespielt hat in seinem Leben. Let the bodies hit the floor, der Song. Und die sind dann auf Tour gegangen, ganz, ganz große Headliner-Tour durch Amerika und der ist dann einfach irgendwann früh am Morgen im Tourbus tot aufgefunden worden. Einfach gestorben im Schlaf, ja. Geisteskrank, ja, gruselig, so schnell kann es gehen, Digga. Ähm, und die haben halt auch versucht dann mit diversen neuen Sängern weiterzumachen, aber das hat nicht gepasst, das hat hin und vorne nicht hingehauen. Und Linke Park haben sich dazu entschieden, jetzt hier eine Sängerin zu verpflichten. Und der Grund, warum ich jetzt nochmal online bin und komplett aus dem Häuschen bin, ist, weil ich gerade mal gegoogelt habe, wer die Sängerin ist und ich bin ja, also, ich bin ja aus dem Staunen nicht rausgekommen. War das ein natürlicher Tod? Ja, soweit ich verstanden habe, war das irgendwie Herzversagen oder sowas, ne? Gruß dich auf jeden Fall. Tobi, mein hübscher, danke für deinen Tier 3-Sub hier. Da ist der Hypetrain hier nochmal am Start hier. Da ist erstmal ein fiesen Holi drauf. Geh. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall noch eine kleine Linkin-Park-Session hier. Wie gesagt, ich weiß, äh, 99% von euch sind schon im Bett. Aber für die ist ja dann das, äh, BUD am Start. So, und zwar ist das eine Sängerin von einer Band, die ich tatsächlich auch hier schon mal gezeigt habe vor vielen Monaten. äh, und zwar Dead Sarah, ja? Dead Sarah ist eine Band, die ich, äh, sehr, sehr nice finde. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Frau auch, äh, äh, sehr, sehr anhimmel, ja? Dass sie wirklich eine, äh, ein unfassbares Stimmorgan hat, ja? Ich finde die Idee geil, eine, äh, eine Sängerin zu haben, weil du dadurch natürlich nicht den direkten Vergleich zu Chester hast. Aber ich kenne Dead Sarah, also ich kenne ihre Originalband, und wenn die, also das kann, gerade die, die, äh, Grohls und die Schaus und so weiter von Chester kriegt die wahrscheinlich sehr gut hin, Digga. Ja? Junge, Junge. Okay, so, ich zeige euch mal ganz kurz. Das ist ihre Originalband, nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, das ist auch so für mich so der beste Song von denen. Ja, auf jeden Fall, äh, mächtiges Stimmorgan, ja? Dead Sarah kann man auf jeden Fall mal abchecken. Ähm, und die ist jetzt Sängerin von Linkin Park einfach. Echt ein geiler Move, Alter. Da dachte ich mir, okay, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall reinziehen, und ich kann jetzt nicht warten bis morgen. Äh, ich bin gespannt, ja? Ich bin gespannt, weil ich, äh, will natürlich jetzt auch nicht mehr das jetzt reinziehen und dann morgen mit euch hier so tun, hey, 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 ich weiß noch gar nicht, wie das klingt. Ja, deswegen scheiß auf Zuschauerzahlen jetzt hier. Äh, ich gehe, ich dachte mir, ich gehe nochmal online. Kleiner Bonus-Stream. Und, ähm, wie gesagt, wer jetzt nicht live am Start ist, kann sich das Video hier reinchecken, Alter, ja. Draufgeschissen. So, ich bin gespannt, Alter. Ich bin gespannt, ähm, ist From Zero das Name von neuen Song, oder was ist das? Kommt hier. Macht Betrieb. Ich bin gespannt, Alter, wirklich. Bla, 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 bla. Okay, na komm hier. Let's go. Das ist ja schlimmer als UFC-Live-Press-Conference-Streams hier. Diese langen Intros bei Livestreams immer, hä? Ekehaft. Was? Album und Tour kommt? Geil, Alter. Ihr habt ja schon, äh, habt ihr schon irgendwie auch in den Chat geschrieben, dass sie auch in Deutschland am Start sind, ne? Ey, es freut mich mega für sie, wie gesagt, ich finde das eine hervorragende, äh, Sängerin. Und vor allen Dingen, also ich hab, äh, Dead Sarah hab ich auch schon live Videos gesehen. Ich hab die persönlich noch nie live gesehen, aber die Live-Videos waren überkrass. Also sie ist auch ne, äh, krasse Live-Sängerin. Ich bin gespannt, Digga. Aber komm hier, wo ist denn das jetzt hier? Ach, hier geht's los. Warte. Ja, natürlich wird, äh, sie auch alte, äh, Songs performen. Darauf bin ich ja besonders gespannt, Digga. Ja, du kannst ja nicht als Linkin Park on Tour gehen und dann nur das neue Album spielen. Taugt das was, Alter, ja? Ich würd mich sehr für sie freuen. Digga, du musst auch so aufgeregt sein, ja? Stell dir mal vor, du hast ne Band Linkin Park, Digga, die sind weltweit so sehr beliebt, Alter. Die haben Millionen von Fans. Der Sänger ist gestorben und du musst den beerben. Das ist so ein schweres Erbe, da dann sozusagen, äh, die Nachfolgerin zu sein. Digga, die muss so nervös sein hier vor diesem Auftritt, Alter. Wahnsinn, ja? Müssen zu drehen. Hätte ich nie gedacht, Digga. Wahnsinn, Alter. Wirklich richtig geil, Mann, Alter. Das ist ne Sch... So ne Mucke gibt's heute einfach nicht mehr und ich bin froh, dass die zurück sind, Digga. Und ich bin auch froh, dass so Bands wie Limp Bizkit oder auch Creed jetzt so ein Revival auch finden, ja? Weil die Leute, die sehnen sich nach so ne Musik, Digga. Das ist Musik, die haben Millionen von Menschen, hat so ne Musik unglaublich viel Kraft gegeben, ja? Gerade Teenies, die, äh, mit, ähm, ja, mit Panikattacken, Anxiety, mit Angstzuständen zu tun hatten, die vielleicht in der Schule gemobbt wurden und so weiter. Ähm, denen hat so ne Musik sehr, sehr viel gegeben, ja? Ja, Linkin Park, Papa Roach, et cetera, ne? Ähm, das fehlt auf jeden Fall. Das ist ne Lücke, die diese Bands hinterlassen haben, ja? Hammer. Man muss ja auch dazu sagen, also, äh, Chester Benning ist ja nicht nur ein großartiger Studiosänger gewesen, sondern auch ein großartiger Live-Sänger. Ich hab, leider hab ich die Band nie live gesehen, aber natürlich unzählige Live-Auftritte, ähm, auf YouTube oder so abgecheckt. Äh, ob das jetzt die, äh, vielen Rock-am-Ring-Auftritte waren oder diese Live-in-Texas-DVD, ja? Da waren, äh, so 10 bis 15 Videos hab ich hochgeladen, wo ich, äh, Songs auf Akustik-Gitarre-Cover, da war tatsächlich dieser Song auch dabei, ja? Aber das werdet ihr natürlich nie sehen. Niemals zeige ich euch diese Videos. Die sind auch nicht mehr online, die sind nicht mehr irgendwo auch, äh, als Re-Upload oder sowas, werdet ihr niemals finden. Wie alt ist dein Sohn der Szene? Digga, wie dieser Song einfach im, äh, Outro von Transformers lief, Alter. Wahnsinn, ja? Gänsehaut, Junge. Optimus Prime. Die haben damals mit, äh, also sie hat mit ihrer alten Band Dead Sarah auch, ähm, schon andere Songs auch gecovert. Unter anderem Heart Shaped Box von Nirvana und Rage Against the Machine Killing in the Name. Auch zwei großartige, äh, Cover. Unbedingt mal abchecken. Was? Also irgendeine von diesen ganz vielen, äh, Tonight Shows hier, was ja so ist wie, wie so TVO Total oder Harald Schmidt oder so, ne? Und, äh, da haben die auch komplett abgerissen. Da ist sie die letzten zwei Minuten nur noch auf dem, am, am, am Boden, am rumkullern und nur noch, äh, einfach, äh, ihre, ihre Lyrics ins Mic schauten, Alter. Ah, das ist so ein Abriss, Junge. Also sie ist hier noch relativ verhalten, aber ist natürlich, wie gesagt, wahrscheinlich der Nervosität geschuldet. Das wird eine geile Tour, Digga. Ich glaub, die werden ihren Spaß haben. Inklusive der Zuschauerschaft natürlich. Aber merkt ihr das? Ich glaube, die sind so, die Songs sind alle ein bisschen höher gespielt. Jetzt auch gerade bei dem Intro von In The End, finde ich, ist es sehr auffällig, um ihrer Stimme natürlich ein bisschen mehr, äh, sich anzupassen. Ja. Ich glaub, so, so eine Oktave oder so, äh, höher ist das Ganze hier, die ganze Zeit. Aber das ist ja geil, funktioniert ja trotzdem. Jetzt Linke Park, komm back, äh, schmeiß ich nochmal ganz kurz jetzt streamen an, egal wie viele noch was sind. Äh, Farid Alpum hab ich noch nicht abgecheckt, das machen wir morgen Abend, dann ganz normal Listening Session. Ich liebe auch die Bridge von dem Song, als man ein bisschen flairfreut sich auch immer so nah an seinen Fans zu sein, wenn er live rappt, ja. Erste Reihe beim Flair-Konzert, weil es keine zweite gibt. Also jetzt bin ich gespannt, Feint, Alter. Junge, Junge. Und dann noch Paper Cut, Alter. Bleed it out, Junge. Fuck, ist das geil, Junge. Ist das geil. Beide macht Null, wieder Songs verlieren, richtig. Junge, ist sie gut, Mann, Alter, ja. Feint, das ist so erfrischend, Digga. Also, wie gesagt, schaut euch mal dieses Benefiz-Konzert an, wo man, äh, sozusagen an Chester nochmal gedenkt hat, ja, mit einem Konzert. Drei Stunden ging das. Da waren sehr, sehr viele Leute dabei, gestandene Superstars. Die da die Vocals von Chester übernommen haben. Und, also, teilweise sind die echt gnadenlos gescheitert. Ich meine, es war immer irgendwo süß, ja. Man hat sich immer so gedacht, oh ja, das ist eine süße Sache, dass die auf jeden Fall mit am Start hier sind, ja. Um dem Bruder nochmal zu huldigen. Aber das war nie so gut wie das hier. Wie gesagt, am besten fand ich, hat es der Sänger von A Day To Remember hinbekommen. Abseits davon, Sum 41. Die haben, glaube ich, was haben die gecovert ab und zu mal live? Ich glaube, ein Name war das. Das klang auch sehr, sehr gut. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwer, die Linkin Park Vocals authentisch gut hinzubekommen. Vor allen Dingen der Switch von Clean zu Shouting Vocals. Aber den Namen kennst du doch, hä? Das ist doch die Frontfrau von Dead Sarah, ja. Heftig, Alter. Damals sah sie, wie sie hat, mal anders aus, ne? Hier mit, äh, ist auch ein geiler Auftritt, die Akustikperson. Das ist sie, ja. Das ist die erste Song, die wir eigentlich geschrieben haben, als diese Units, diese Gruppe. Was es an der Grundlage kommt, ist, dass sie eigentlich ihre eigene Zukunft predikten, wie es ist. Ich weiß nicht, ob sie noch beides macht. Das letzte Dead Sarah Album ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob die Band dann jetzt eingestampft ist. Was sie heute machen, hat einen Effekt auf morgen. Die Song ist called Weatherman. Die Song ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ich muss sagen, die blonden Haare stehen hier. Und einfach so auch eine weibliche Note in Linken Park reinbringen. Voll geil, sehr, sehr spannend, Alter. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich fieber dem Ganzen auf jeden Fall entgegen. Das Album wird auf jeden Fall, dann mach mal eine Listening Session, 100%. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich bin sehr gespannt auf das Album.